Musik Yo Leute was geht zu einem weiteren Video von mir und ja Leute Heute gibt es das Unlock All Video was ich euch schon versprochen hatte Und zwar verlose ich nicht nur 3 Unlock Alls sondern 5 Unlock Alls Leute Ich wollte mich nochmal ganz heftig bei euch bedanken für die 3000 Abonnenten Ich bin wirklich, keine Ahnung was ich sagen sollte Also dankbar, also ja sehr geil von euch Und ich habe euch ja versprochen, dass wenn wir die 3000 Abonnenten knacken Dass ihr 3 Unlock Alls bekommt oder dass ich 3 Unlock Alls verlose So da ich jetzt aber so lange keine Videos mehr gemacht habe Habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal 5 Unlock Alls draus Und ja ich hoffe ihr versteht, dass ich länger jetzt keine Videos gemacht habe Weil ich 15 Tage durchgehend vorher Videos gemacht habe Habe ich mir eine kleine Pause gegönnt Aber ja gut Ich würde sagen, wir kommen zu den Unlock Alls Nämlich wird das Ganze so ablaufen Ihr habt noch Zeit bis zum Ich muss gerade kurz mal gucken 1000 Jahre später Montag bis zum 10.10. Also bis zum 10.10. 2016 Also bis zum 10. Oktober Und ja bis dahin müsst ihr eure E-Mail Adresse unter dieses Video schreiben Bitte die E-Mail Adresse und nicht eure Adresse wo ihr wohnt oder sonstiges Mir reicht die E-Mail Adresse und mir reicht auch wenn ihr die einmal schreibt Wenn da jetzt jemand ist, der schreibt seine E-Mail Adresse 20 mal da drunter Dann werte ich die ganz einfach nicht Weil das ist dann unfair, weil ich werde die auslosen Und wenn der 20 mal im Pott ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er drankommt Also dann werde ich ihn nämlich rauslöschen So Und zwar wird es 5 Unlock Alls geben Also 5 Leute können gewinnen Ähm Diese Also ihr könnt mir bis Montag, also bis zum 10. Eure E-Mail Adresse unter das Video schreiben Und dann wird die Auslosung wahrscheinlich Freitag sein Oder vielleicht sogar schon Mittwoch Muss ich mal schauen Mittwoch wäre der 12. und ja So Was es jetzt noch zu den Unlock Alls zu sagen gibt Ähm Ich wollte ja eigentlich auf jeden 10 Milliarden drauf klatschen Ja leider geht das nicht mehr Weil Rockstar hat die Unlock Alls ja gesperrt Also dass man die übertragen kann So Keine Panik Man kann wieder Unlock Alls übertragen Aber nur bis 700 Millionen Ja Ich hab mir jetzt überlegt Ich knall euch da 700 Millionen drauf Aber mach euch ein Unlock All Dass ihr alle Fahrzeuge vom Heist Update und von den Update Sachen habt Und auch ähm Kein Heist mehr spielen müsst, um die Fahrzeuge zu bekommen Also bekommt jeder von euch einen Unlock All Ich werde euch anschreiben und frage ob ihr einen weiblichen oder männlichen Charakter haben wollt Den müsst ihr euch allerdings selber nochmal gestalten Wenn ihr den übertragt Oder Ja Halt nicht Da werdet ihr halt dann 800 Naja 700 Millionen drauf bekommen Ähm Ja mal gucken Vielleicht zählt es Ja ich versuche mal Bar 700 und auf der Bank 700 zu machen Ja Fahrzeuge werde ich keine machen Ich kann euch natürlich schon ein paar Apartments kaufen Aber ich denke ich werde euch das Geld da drauf ballern Und ja Ich hoffe das gefällt euch ja Wenn nicht dann Ja dann halt nicht Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen Wenn sich so ein paar E-Mail Adressen unter dem Video finden Ich denke schon dass da so ein paar sind Von meinem anderen Video da habe ich auch ein paar E-Mail Adressen drunter Die werde ich auch noch mit in die Verlosung nehmen Ich werde dann ein Video machen Und äh Am Mittwoch wahrscheinlich Da werde ich dann Die Leute nennen Die gewonnen haben Fünf Leute Ähm Es gibt leider jetzt keine Platzierung Für den ersten Platz Zweiten oder dritten Es werden fünf Leute gleich Äh Den gleichen Preis bekommen Und ja Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja lasst auf jeden Fall mal ein Likes Da knacken wir die 40 Likes Leute Wir müssen die 40 Likes knacken Und ja ich würde sagen Wir sehen uns in einem weiteren Video wieder Und ja Leute Haut rein Bis dann